hallo und herzlich willkommen bei philipp genau und ja wir gucken mal wir nehmen jetzt alle questern und guck mal an was mir jetzt als nächstes so schön ist in dieser welt von neverwinder machen werden ich sag mal so wie immer den level nach ja genau da wollen wir mal rumrennen und alle questern nehmen ich bitte um niemanden sein segen würde ich geben deswegen aber wir können nicht mal um euch aber nicht noch mehr aufgaben nehmen ich habe hier noch ein fragezeichen ja das ist eine quester geben ach so ok welche machen wir jetzt als erstes nach wohnung oder leben wir machen das erste fall ich will nicht drachenbund drachen geborenen ach so ja gut dann machen wir die mal du musst dich glaube ich selber auswählen auch schon unser internet ist mal wieder am arsch da kann ich rufe die sau arsch lol also wenn ihr euch beschweren wollt ähm weil zu rufe dann beschweren wir euch bei wo davor nicht bei mir genau gut machen wir gleich die nächste jahre warte ich will mal so guck bei dem hergucken ne 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 oder bisschen arifaktzeug oder so mhm 11 drachen schutz wirklich gut mhm 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 also bitte zu tun ich kenne das auch schon in der Auswendung wir suchen nämlich da und dann nämlich nicht nur so wir suchen da wollen auch privat und dann ist also da wollen das mit 1 und 2 beliebtesten Spiele ich merke gerade, der nimmt mich schon wieder woanders mit es ist so warm weil es ist die Suche in der kältesten Brühe und ich spiele schneller ich war da am Garten nicht beschützt hast du dich da wo man nicht so leicht reinguckt dafür brauchst du das Jubiläum und das Jubiläum ist ja leider schon vorbei es wird noch Kater spiel, da war ein bisschen leicht ja bei mir Du musst ein bisschen lauter kriegen. Ja, wir können. Ja. Ich glaube mal eine Runde da, Ego. Oder was hast du? Was? Ja, das kann ich ja so in der Ego gar nicht auslösen. Scheiße. So, dann haben wir noch eine Quest. Ich weiß noch ganz welche das ist. Warte mal ganz kurz. Ja, ja. 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 Unser Kippen-Spawner ist da. Letztere, siehst du noch? Danke. So, die Folgen. Macht das. Wenn du Fragen hast, kannst du Fragen stellen. Das ist nicht das Problem. Das Nerven ist das Problem. Verstehst du? Ah ja. Ja. Philipp ist noch da. Wir haben jetzt die zweite Folge noch ungefähr 10 Minuten, was? Totzen. Habt ihr neu eingefahren? Ja. Warum? Weil das YouTube ist. Extra für YouTuber haben wir einen neuen Charakter gemacht. Boah, die Offen haben wir auch wild. Ich starte jetzt hier, okay, Computer neu. Nee, er meint ja auch noch. Nein, nein. Er hat jetzt schon mit Call of Duty erreicht. Willst du oder ich? Okay. Hm? Aber er auslöstet sich mal. Ich habe auch nicht gedacht. Nein. Ich unterstütze das nicht. Kräfte frei geschaltet. Ich muss auch nicht drücken. Ich habe mich Seenosana genannt. Ich habe da keine Ahnung mehr gehabt. Wieder voll O.P. ohne Waze. Hm. Wenn wir mal gucken, wie du dich feilst mir. Okay. Okay. Hast du ein... Naku-o? Party-type-type-type-type-type-type? Ja. Dann geht's mal wieder. Dann geht's mal wieder. Cool. Dann geht's ja. Ich habe jetzt gar nicht auf die Parkette gedacht. Haha. Nein, aber mein Park ist auf alles, wo ich hier nicht. wir haben einfach mehr heilträger noch wichtig sind wie du nicht heilen kannst verzeihung ich glaube ich war zu kurz bei dem bolz weil das nämlich dieses ding was der aufnahme der mich fehlte ich bin schon da gesundheit gesundheit schön die sind auf dem hummel unterwegs ja stimmt du hattest ja noch mit daheim müssen Moment ich muss mal ganz kurz hier auf wachen doch so dann gucken wir mal ja ne ist noch was eeeh da gibt es da das sind wir eigentlich von hause aus soo dann gehen wir mal rein da können wir doch glatt noch ein bisschen quest jagen denn ja ja Ja, ich hab schon gesagt, ich hab mal den... Ich brauche eigentlich zu? Ach, der hat es mir auch. Was? Das hast du gerade auch gemacht. Ich hab das Wort so hier... ...eine alte Brücke verkauft. Ja. Was? Was war eine Brücke mit der Frau? Ich geh schon mal zum Noxford, was? Ist ja dabei. Verkauft? Ja, auch genau. Besuch' mir da... ...einen... ...sonnenschirm... ...regenschutz. Ja, das ist minimal. Also bei mir ist gerade voll der Ruckelbuckel drin, weißt du das? Ja. 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 Ich würde da mal jetzt ganz einfach mal sagen... ...ich werde die Folge... ...ich werde die Folge mal vorzeitig beenden. Probleme liegen bei mir am Computer, bei mir ruckelt sich das gerade zu tot. Oder was hast du? Wie musst du wissen? Ich würde ja gerne weitermachen, aber ich mache zwei Schritte und dann habe ich erst mal drei Standlecks auf den zwei Schritten. Das ist scheiße. Ich müsste mal ein Computer mal neu starten. Nee, dann mach doch. Also den zufolge, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Nervo Winter. Und tschüss. Und tschau. Philipp. Achso, ja, löst jetzt echt den Ruckel die Buckel aus, ne? Ja, dann. Du hast Schiss, du hast Schiss auch nicht, oh, welchen Scheiß. Dann schau gerne wieder vorbei, wenn es weitergeht. Muss man sich nicht schuldig. Aus, äh, tschau, Kassabok. Alles klar, und damit sind wir offiziell raus und ciao. Wow. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR